Respekt für unsere Arbeit. Das gilt nicht nur bei der Tarifrunde um Entgelte, sondern es gilt auch um die Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel das Arbeiten bei besonderen Witterungen, wie Starkregen oder durch enorme Hitze. Egal ob du am Dach stehst, egal ob du als Maucher arbeitest oder als Tiefbauer, diejenigen, die tagtäglich ihr Bestes geben, müssen jetzt aufgrund des menschengemachten Klimawandels noch mehr Hitze ertragen. Der diesjährige Workers' Memorial Day 2024 steht unter dem Schwerpunkt Arbeiten bei Hitze. Hitze ist nicht zu unterschätzen. Es ist wichtig, sich vor den Hitzeeinwirkungen zu schützen. Trinkt ordentlich Wasser auf den Baustellen oder Tee und schützt euch besonders mit Hüten oder auch mit Sonnenbrillen vor dieser Einstrahlung. Schmiert euch ein mit Sonnencreme und macht regelmäßig Pausen. Versetzte Arbeitszeiten können durchaus helfen, sich vor den enormen Hitzebelastungen auch zu schützen. Beim Workers' Memorial Day 2024 gedenken wir insbesondere der Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der enormen Hitzeeinwirkungen der letzten Jahre verunfallt oder verstorben sind. Nehmt daran teil an den Aktionen der IG Bau und Agrarumwelt vor Ort. Kommt zu unserer zentralen Veranstaltung nach Hamburg. Wir freuen uns auf euch und bleibt gesund! Und hier ist es noch mit 조 Los! 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 correctlyoder wir die falling hat nicht für Menschen volunteer vor Ort.